Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Hanai. Ich denke es ist Hanai, wo wir sind. Und wir werden... was werden wir tun? Wir werden hier... Markus Willa werden wir suchen und ihn davon abhalten, jemanden zu verletzen. Wir sind da, er ist hier oben. Das sieht jetzt auf der Karte so weit weg aus, ist es aber gar nicht. Und wir können vielleicht bei den Fähigkeiten nochmal den einen oder anderen Punkt vergeben. Mal sehen, was wir da so schönes haben. Optimale Instandhaltung verringert die Reparaturkosten. Na gut. Ordentliche Instandhaltung erhöht die Haltbarkeit modifizierter Waffen. Auch gut. Wo war das denn mit dem Tritt? Wir hatten doch... Achso. Das ist das schon. Das haben wir schon voll. Na gut, was ist hier unten noch? Hm, Element... Affinität. Okay. Verlängert die Dauer von Elementarangriffen. Hatten wir schon Elementarangriffe? Ich glaube nein. Nein. Kalte Wut. Töten eines Feindes erhöht die Chance auf kritische Treffer für wenige Sekunden. Na schön. Wir müssen wohl irgendwas nehmen, damit wir hier unten weiterkommen. Ja, jetzt kommen wir hier weiter. Wunderwaffe erhöht den Schaden von modifizierten Waffen. Schön. Und Schnellfeuer verringert die Nachladezeit von Feuerwaffen. Das ist gut. Durchdringende Schüsse erhöht die Durchschlagschance von Kugeln. Auch nicht schlecht. Ja, das hört sich doch gut an hier. Zweite Chance. Chance auf sofortiges Wiederbeleben nach Tod. Erstens haben wir schon Chance auf sofortige Wiederbelebung, also 10%. Und zweitens 20% Chance auf sofortige Wiederbelebung. Ja gut. Wie war das mit dem Nachladen? Die Nachladezeit. Genau. Was haben wir unten noch? Gun Carter. Gun Carter. Du kannst besser mit Feuerwaffen umgehen. Nachladezeit plus 20%. Chance auf kritische Treffer plus 3%. Genauigkeit plus 20%. Rückstoß minus 20%. Trampler kann ohne Unterbrechung eingesetzt werden. Ja, das wollen wir. Moment. Wie kommen wir da dran? Ja. Und wir haben keine Punkte mehr. Oh nein. Das war doch klar. Ja, egal. Oh, halt. Wie? Moment, das ist doch wieder falsch. Wir können doch nicht in diese Richtung gehen. Ja doch. Das ist ganz woanders. Ich dachte, das wäre auch hier. Moment. Ich dachte, dieser Markus Willer, der wäre hier irgendwo. Hier unten, dachte ich. Da. So. Ist er gar nicht. In Wirklichkeit ist er hier oben. Da können wir aber schnell reisen dahin. Und zwar von hier aus. Schmerztabletten will er wieder. Ja. Jetzt nur nicht verlaufen. Na, da sind wir doch schon. Ja, und dann sollten wir auch nochmal bei der Fähre vorbeischauen. Da konnte man ja so viel einsammeln. Ein bisschen was für die Geldtasche tun. Ja, das war's. Ja, sie sagt das immer so einfach. Was ist das hier? Bitte, schau mich an meine Freunde. So, jetzt schauen wir erstmal, wie heißt das denn hier oben? Es hat keinen Namen. Mataka, Bungalow. Okay, Mataka, da müssen wir hin. Ja. Und Mataka. Was? Du könntest uns alle schrauben. Also, du kamst nach mir, ich sehe. Du denkst, ich bin gefährlich. Ich muss dich stoppen, bevor du jemanden weißt. Und jetzt muss ich sterben. Hey! Nicht schlecht. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Moment! Oh, hoppla. Genau. Genau. Oh, was ist das, Joe? Aber die Machete wollen wir dann schon ganz gerne haben von ihm. Die scheint ja ganz gut zu sein. Zerbrechliche Machete. Damit hat er uns abgemurkst. Du. Ah, ein Kürbis hier. Ja. also schön aber was können wir denn hier noch erledigen sicherer ort das ist im einkaufsviertel familienbande suche nach sylvia's haus nein geschichtsstunde suche hinweise für dr kessler ja ich glaube das war es noch das können auch machen oder minen machen wir müssten doch vier stücke selbstmörderfleisch ich glaube wir haben schon sehr viel mehr dann machen wir das erst mal minen machen boom ja die schmerztabletten die klingen abgeben ja das ist ja auch endlos mission santa maria sehe ich jetzt nicht aber wo ist denn soe soe ist in der stadt hinweise für dr kessler suchen naja wenn hier keine rote fahne ist dann ist es nicht so einfach das zu finden santa maria irgendwie sollen wir nach hier hin warum denn gehe nach tunne ja also wenn man wenn man hier guckt dann ist das rot da unten das ist auch das einzige das rot ist ja wir sollen in die hauptstadt wieder weil da einige missionen noch sind und wahrscheinlich dann auch die aufgaben für dr kessler also die hinweise für dr kessler werden wir dort wahrscheinlich finden das ist immer noch an den tunnen suche nach dem versteck im einkaufsviertel ja das wird wohl ebenfalls in der stadt sein ja ich denke dann sind wir im dschungel hier glücklicherweise fertig ich glaube nicht dass hier noch sehr viel mehr ist also auch die nebenquests haben wir dann schauen wir mal ob wir zur fähre kommen irgendwie 183 meter in die richtung das ist eigentlich hört sich das wieder nicht weiter an aber wir haben doch hier mit sicherheit auch eine schnellreise irgendwo das ist ein bild was ist das für ein bild ein familienbild sara koi der pater interessant das ist aber schon die schriebe die die schrift die schriebe die schrift von sie wo es in oder so ein bisschen was machen wir denn jetzt wenn wir keine schnellreise finden müssen wir zu fuß gehen ach hier dann nehmen wir die erst mal marx marina nein ja die fährstation da wollen wir mal hin wir können von hier von der schnellreise aus können wir wirklich alles erreichen aber erst mal ein bisschen was einsammeln schönes bild mit der zerbrochenen brücke dort das muss man erst mal wissen dass hier die ganzen sachen rumstehen am anfang weiß das doch niemand aber das hätte man sich schon denken können an seiner fähre dass da viel rumsteht moment hier war eine kiste sonst immer naja wir sind ja alle abgehauen von hier es gibt keine kisten mehr nur noch mülleimer ja ich glaube das reicht auch schon oh Ganz schön verlassen hier alles. Ja, hier haben wir schon ganz schön gewütet auch. Schildkröte. Ja, ich mag Schildkröten. Die strahlen irgendwie sowas ruhiges aus. Jetzt finden wir aber nicht mehr die Schnellreise hier. Ja, dann gehen wir eben nach unten. Ab in die Stadt. Das wollen wir doch erstmal sehen mit der Quarantänezone. Haben wir denn nichts anderes? Suche nach dem Versteck im Einkaufsviertel. Das machen wir jetzt. Ha, da waren wir noch gar nicht. Weiter Weg. Hier rum, da rum. Oh, hier können wir aber eine Schnellreise benutzen und dann zum Beispiel, ja, hier in der Nähe ist keine Schnellreise, ja doch. Ford, Ford Henderson. Ach, wir laufen da jetzt so durch. Bis nach unten. Hier ist die Militärbasis, oder? Hier oben ist ja auch noch ein unentdeckter Bereich. Ah, wahrscheinlich kommen wir da gar nicht durch. Also einfach jetzt der roten Flagge da folgen. Zum Glück ist hier ja nicht viel. Ja, die ganzen Gehr haben Urlaub. Ist ja auch schön, die liegen jetzt alle am Strand und bräunen sich etwas. Ob wir hier nochmal Diamanten finden? Was haben wir hier? Oder war das einmalig mit den Diamanten? Diamanten. Ja, das muss man wissen, wo die rumliegen. Wenn man sie braucht nachher. Die lassen uns hier ganz alleine rumlaufen. Egal. Wir laufen schon. Na. Du. Na, ach, noch so einer. Sag mal, wo kommt ihr alle her? Lass das. Du auch. Na, ach, noch so einer. Schmeckt's. Schön Zahnstocher benutzen nachher. Oder Zahnseide. Oder richtige Seide. Das dauert doch etwas lange, diesen Snack zu essen. Hier, die Frucht, das geht schneller. Ein Biss. Schwupp, schwupp. Alles ist gut. Erinnerungsfoto. Erinnerungsfoto. Was ist das hier? Elektro-Schrott. Na gut. Blitzschnelles, automatisches Gewehr. Wo ist er hin? Weg ist er. Das sind anderem. Ah, so viele hier. Ihr seid mir eindeutig zu viele. Und obwohl ihr im Wasser lagt. Oh, das ist ja auch ganz gelb. Gelbes Wasser. Ja. Erstmal in Sicherheit bringen. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Fenster ist. Du sind sogar zwei geöffnete Fenster. Hier hätte man viel besser reinkommen können. Na egal. Wir sind erstmal drin. Hier lag immer irgendwas rum. Das Medikit, okay. Und die Schrotflinte. War der schon immer da? Gruselig. Lagen hier nicht auch irgendwann mal Diamanten zwischen den Sitzen? Diamanten! Mhm. Mhm. Raus, raus, raus. Das haben wir jetzt davon. Ob wir nach oben sollen? Einmal gucken. Nur so gucken, ob da noch der Raketenwerfer und alles rumliegt. Oh ja, hier liegt noch einiges rum. Aber nehmen können wir nicht viel davon. Die Panzerfaust, genau. Hier sind's Rakete. Ach, wie schön. Ja, doch, das finde ich ganz gut, dass das hier mal rumliegt. Das war ja auch eine Aktion hier. Mama mia. Und der eine versteckt sich hinter der Mauer hier noch. Ach, ist es nicht herrlich. Aber ich hätte, glaube ich, Angst hier am Fuß des Berges so, wenn da mal was runterfällt. Ja, das wäre alles kaputt. Das Dach. Ja, der rote Fahne, der roten Fahne müssen wir folgen. Da hätten wir aber auch runterspringen können hier. Das wäre doch viel schneller gegangen. Ach, da müssen wir wieder durch das Wasser. Oder kann man da lang? Wir versuchen mal hier lang zu gehen. Da waren wir noch nicht so oft in der Ecke hier. Und da oben ist... Nee, der ist weg. Hier war doch auch irgendwie ein Händler oder so etwas. Hier rüber. In den Fluss können wir schwimmen. Wir können nicht schwimmen, glaube ich. Über die Brücke, dort rüber und... Ja. Richtung Berg. Nein, alles verbarrikadiert hier. Greift es die Wand an? Nein. Another shit head bites the dust. Oh nein. Nicht doch. Ertrunkene. Die bringen uns überhaupt nichts. Ja, also dieses gelbe Wasser, das ist gelb. Da lang oder hier lang? Ja, versuchen wir es mal hier. Was haben wir hier? Oh nein. Dieser Schreier ist schon wieder. Ach, der bleibt stehen. Oh. Ja, klar. Kommt alle her. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen, sag ich. Oh, da hauen sie ab. Das ist auch besser. Kommt der doch. Habt ihr einen Weg gefunden? Ah. Zu nah. Oh nein. Das war teuer. Du hast es nicht gelernt, oder? Ja, da sind wir doch fast an dem gleichen Punkt hier, an dem wir aufgehört. Wer hat das gesagt? Habt ihr zu schreien gelernt? Oh, ihr schreit die ganze Zeit schon hier rum. Ja, ja, nur ich sehe hier niemanden. Ihr habt hier einen Stein. Das war ja wohl nichts. Oh, den haben wir aber getroffen. Können wir da rüberspringen? Ach, hier! Ich bin so viel schlimmer. Ich kann nicht gehen. Hast du einen Verkauf von diesen Medien irgendwo? Kann ich sie dir holen? Ja, sie sind in meinem Apartment, in diesem Gebäude. Wenn du sie mit mir bringen würdest, wäre ich so sehr dankbar. Wie kann ich sagen, nein? Was für eine Barrikade. Oh, das ist schön. Hier ist es ruhig. Hier bleiben wir. So, wir suchen also das Badezimmer, wollte ich sagen. Hm? Ha, ha, ha! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Hi! Aber das hat etwas Schmerz gemacht. Achso, ihr auch. Da lebt noch was. Na schön, na schön. Was ist das? Rasante Schrottflinte. Na, Lappen. Oha. Wie? Du lebst noch? Ach, was. Sie liegt doch nur da friedlich. Nachher greift sie uns an aus dem Hinterhalt. Nachher greift sie uns an. So, ihr wohnt hier also und habt kein Badezimmer? Gemeinschaftsbad wahrscheinlich. Schönen Sie mich. Puscht. Oh, endlich ein Snick. Jeden, was sagt mir, dass das nicht die einzige war? Ach, er! Ja! Schwaches Brecheisen! Ist das das Bad? Steht hier schon Schlange? Oh, die wollen alle ins Bad. Na gut. Vor die Tür gelaufen, was? Ja, Türen sind hart. Hier ist ja niemand. Das ist aber nicht das Bad. Oh, da ist ja doch jemand. Noch jemand hier drin? Oh, da hinten. Dann aber schnell! Ist es das schon? Nein. Schmerz der Blittern. Das ist das alles nicht. Das ist ja auch nicht das Bad hier. Auch wenn die es dafür gehalten haben vielleicht, aber... Aha. Bonzer! Das ist das Bad! Der hat doch gesagte Bad. Das ist... Naja, okay. Okay. Ja gut, es muss ja nicht alles so steril sein, wie bei uns. Das ist halt... Andere Länder, andere Sitten, sag ich mal. Also ich hätte auch ganz gerne in meinem Bad so ein Sofa stehen und so ein Korb, ein Fernseher auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns da vertan. Das war nicht im Bad. Gut, genug Musik gehört. Oh, die Batterien. Die Batterien sind leer. Okay. Das Lämpchen tut's nicht mehr. Ja. Ja, das ist doch das Richtige hier. So ein Wischmopp. Naja, da kann man... Da braucht man zwei Wischmopps schon. Möpse. Möppe. Möppe. Zwei Wischmöppe. Ja. Ja, aber ich denke mal, dann war's das hier. Haben wir ihn seine Medizin schon geholt. Ja, dann... Schauen wir mal, ob er uns was verkauft, wenn er wieder heile ist. Ah! Ich hab mich vertan. Ich dachte, du wärst der andere. Was ist denn? Wo ist der? Hast du den? Es ist so viel schlimmer, wenn du sie kennst. Und dann... Oh mein Gott. Na gut. Oha. Ja, wir müssen auch mal langsam eine Pause machen. Seh ich schon. Und das machen wir jetzt. Ich darf mich bedanken für euer Wiggen vielleicht mal hier in Sicherheit. Vielen lieben Dank für euer Zusehen und für eure Kommentare. Danke auch für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.